Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu diesem kurzen Infovideo bzw. Erinnerungsvideo, was ich euch ja versprochen hatte zu Ich bewerte eure Zoos, denn ab diesem Moment, wo das Video online ist und ihr das sehen könnt, könnt ihr wieder eure Zoos für das Format einschicken, damit ich sie besuchen kann bzw. darf. Wie ihr das Ganze machen könnt, das schreibe ich alles unten in die Videobeschreibung per E-Mail-Adresse, steht alles unten drin, solltet ihr alles hinbekommen. Und falls ihr euch fragt, wo wir uns hier jetzt gerade befinden, wir sind im wundervollen Zoo of Cartage, den haben wir mal besichtigt und das ist auf jeden Fall einer der besten Zoos, die ich jemals bis jetzt besichtigt habe. Checkt ihn auf jeden Fall ab, ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Richtig cooler Zoo und ich würde sagen, ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag und freue mich sehr auf eure Zoos. Eine klitzekleine Sache habe ich leider gerade noch vergessen, denn ich wollte euch nochmal daran erinnern, dass ihr eben in die E-Mail mit reinschreibt, ob es für euch in Ordnung ist, wenn ich euren Zoo veröffentliche. Das heißt, ich lade den hoch und verlinkt ihn unten in der Videobeschreibung, damit die Leute, die das Video sehen, euren Zoo auch mal ausprobieren könnt, weil es wird häufig in den Kommentaren gefragt, ob man den Zoo, den man jetzt gerade gesehen hat, auch mal irgendwie spielen kann, runterladen kann und sowas. Und genau das möchte ich versuchen, damit umzusetzen, dass ihr auch wirklich alle die Zoos, die ich hier besichtige, auch mal selber ausprobieren könnt und sowas. Also, falls ihr einen Zoo einsendet, schreibt bitte eben dazu, ob es in Ordnung ist für euch, wenn ich das Ganze hochlade. Falls ihr es nicht dazu schreibt, gehe ich einfach mal von Nein aus und werde es dann nicht machen. Ist aber auch nicht weiter schlimm. Das ist natürlich auch völlig in Ordnung. Aber das war es jetzt schon, Leute. Ich wünsche euch noch, wie gesagt, einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandi.